Impulse bestimmen unser Leben. Willkommen. Mein Name ist Lutz Reinhard von Profischnab.de, Ihrem Online-Outlet für Markenbänke. Und ich habe heute im Test für Sie die Eckbank Impuls von Wen Jakob mit matt-schwarzen Kufen und einem Webstoff, ja in Sandfarben, meliert würde ich sagen. Die Bank ist zweigeteilt. Eins, zwei kann auch separat gestellt werden, wird hier verbunden. Sie haben also auch die Möglichkeit, zwei Bänke daraus zu machen. Eine mit einer Armlehne, eine offene. Und sie ist sehr, sehr bequem. Der Stoff ist pflegeleicht, ein Mischgewebe, gut zu reinigen. Ich denke, ja, hier werden Sie kein Problem haben. Auch bei der hellen Farbe können Sie hier gut putzen. Jo, Bequemlichkeit ist da. Sitztiefe ist etwas größer. Also wenn Sie unter 1,60m sind, wird es für Sie fast zu groß. Sonst wird es passen. Wer sitzt denn auch so zum Essen, ja. Aber danach mache ich mir es gemütlich. Rücken ein bisschen vor. Und da ist ideal die Rückenlehne in der richtigen Höhe. Da kann ich meinen Arm drauflegen. So kann der Feierabend kommen. So kann ich mit meinen Freunden Rummy Cup spielen oder Karten spielen. So macht das Spaß. Das Tischmaß hier schätze ich idealerweise auf 90 mal 40, 1,50. Ein schöner Auszugstisch dazu. Und haben Sie eine schöne Essecke im Wohn-Ess-Bereich oder in der Küche. Wohn-Ess-Küche gibt es ja auch immer mehr, dass alles offen ist. Und da sieht so etwas designorientiert natürlich sehr schön aus. Wen Jakob sitzt in Gütersloh, produziert auch heute noch in Deutschland vollstufig, bis auf jetzt einige Näharbeiten. Und birgt für Top-Qualität, ist in diesem Bereich heute auch Marktführer. Und wir haben ein Schnäppchen bekommen, nämlich dieses hier. Diese Bank von Wen Jakob kann ich Ihnen jetzt anbieten für 1.111 Euro. Ja, beide Teile zusammen. Abholpreis plus Versandkosten. Die Versandkosten, indem Sie bitte unserer Homepage, da steht unter dem Preis dieser Bank, unter Impulseckbank, die Versandkosten. Das geht nach Kubikmeter, Zwei-Mann-Spedition. Die tragen es Ihnen rein bis in den S-Bereich. Auspacken ist nicht inklusive Aufbau, auch nicht. Profi-Schnapp.de, Ihr Online-Outlet für Marken, Bänke, Sofas, Sessel und Relaxer sagt Danke. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, bleiben Sie mir gewogen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Lutz Reinhardt von Profi-Schnapp.de